der goblin hype geht weiter wir haben nicht mehr viel bis zur stufe 4 und dann ist das nicht mehr lang bis zur legendary es wird natürlich nice ich war noch nie noch nie irgendwie so im legend bereich da hatte ich ehrlich gesagt nie die zeit dafür hat jetzt nicht am können gehapert sondern wenn du vollzeit arbeitest kannst du nicht einfach mal dich da so fünf stunden hinsetzen und zocken so das ist halt ein bisschen krass es geht halt dann meistens nur am wochenende und dann ist aber auch schnell rum ok perfekt da habe ich ihn gleich mal am anfang drin die zwei zue ich raus da brauchen wir schon ein paar stärkere kreaturen wie den goblin laura zum beispiel ist dann schon sehr praktisch dann haben wir wieder einen ganz guten start es gibt es gibt immer einen plan so gehen wir hier doch mal ins gesicht ich kann mir vorstellen dass er ihn los wird ja wenn er los wird ist ja okay dann kann ich damit schon mal gut angreifen schon sehr praktisch weil wir haben auch noch den trübwasserschamanen auf der hand ich hasse sie sie muss sterben mit allen mitteln so erstmal gehe ich ins gesicht so und dann kommt die gute frau und der trübwasser goblin denn wenn sie dann da reingeht oder auch nicht reingeht kann habe ich immer noch drei angriff zusammen um die loszuwerden denn ich hasse sie das ist mein erzfeind diese karte ausbilderin der fünften legion sie hat ja noch nicht mal namen so ausbilder in der vierten legion laume so zwei damit könnte er überleben doch gut wenn wir das doch mal tun und weg ballern die alte dann hier ins gesicht noch ein trübwasser kommen dann hätte ich vielleicht vorher spielen sollen fail play wäre ich nämlich vor ins gesicht gegangen hätte ich die noch spielen können dann hätte ich noch eine klasse kreatur auf dem feld aber gut auf stufe vier ich meine magiker stufe vier doch haben wir schon so ein gefährliches board am start ich kann mich jetzt nicht beschweren echt nicht beschweren so was machen wir denn wollen wir ins gesicht gehen ich würde schon sagen ja er wird dann jetzt seine sachen machen müssen machen so viel schaden grad das ist halt für ihn jetzt mega gefährlich wird so dann spiele ich den man dann noch den dann noch den nach der grüten da ein bisschen mehr und dann noch den fliegwasser goblen so dann soll er kommen in der fünften runde schon so weggemacht ja das bisschen leben das errettet ich jetzt auch nicht ein bisschen wächter ich kann ja zum glück noch seitenwechsel machen wo das hat er echt gut gemacht wirklich gut gemacht ok was werde ich jetzt am besten los ich habe die idee zwar opfere ich ihn und mach sowas unendliche macht ach gut dieser spaß dieser spaß ooooh ooooh stufe vier halb stufe vier halb ok weiter geht's das ist die domination station gewesen die fünf mikro die domination station so ein paar röntchen müssen wir noch spielen hier ne bevor die olle freundin kommt ja und ein niemand machen kann er noch nicht so gut so gut 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 ja können wir noch gleich mal behalten bevor wir irgendwas riesiges auf der hand haben soulfly soulfly maximi kenne ich bin alt leute ich bin alt kenne noch die ganzen oldschool trick serien von damals wo man noch am samstag früher aufgestanden ist um die ganzen serien gucken zu können da gab es noch kein youtube so dann spielen wir doch mal den wilden arschländer gleich mal rechts rechts und dann machen wir die weg und falls er jetzt noch etwas spielt machen wir das auch weg oder im gesicht schaden ich kann mit beiden nehmen kommen wir kommen wir soulfly maximi ja können wir die doch machen halt noch ein bisschen schaden können wir in der nächsten runde den trübwasser wilder spielen oder die rächerin das wäre natürlich nicht schlecht erst mal den wilderer zu spielen dass du da einfach mal so ein bisschen gefahr hast die dann kommen kann den trübwasser goblin spiele ich dann in der nächsten runde aus da bin ich weiß was ihn erwartet ich liebe einen guten kampf die haben wir bisher noch nie gezogen so dann möchte ich die links spielen und dann noch den goblin gehen wir hier ins gesicht und dann kriegt die olle braut den wilder gar nicht weg das ist schlecht das ist sehr schlecht aber in der nächsten runde können wir den bestienrufer spielen das ist jetzt keine frau brüste jetzt bin ich gespannt was er macht könnt ihr jetzt mit beiden reingehen in dem was er für aktionskarten hat hier könnt ihr auch reingehen ne macht er aber nicht hab mir schon gedacht verschone ruhig meine goblins macht das aber das macht er nicht kann ich mir nicht vorstellen ja ziemlich krass okay heftig damit hat er mich jetzt so ein bisschen an den eiern so kann ich was reißen ja mit dem hier kann ich noch ein bisschen was reißen aber jetzt auch nicht so viel im großen ganzen muss man sagen hat er nicht leider geben wir ihr noch das stahlschwert oder die skumhändlerin wäre noch ein bisschen besser ach ja können wir ja gar nicht können wir ja gar nicht machen wir das so dann werde ich die hier noch los dann bleibt die noch übrig jetzt ist die bedrohung real aber er ist unglaublich gefährlich und ich habe nur noch elf leben und nicht wirklich prophezeiungen die mich retten entzug so fly maximale gut gemacht gut gespielt da kann ich nichts sagen ich bin ein guter verlierer nein nein wir stehen wieder am abgrund ich sehe die schlange ist nicht gut wenn man die schlange sieht gut weiter geht es jetzt hat er uns so ein bisschen überrumpeln können aber ich sage mal so 65 bis 70% windrate meine freunde ok es wird jetzt nur noch härter aber das sind alles nur noch kranke schweine die jetzt ein bisschen so auf mich lauern jawoll perfekt elos ist mein nächster gegner ich mag die braut die sich nicht traut eigentlich ist cool willkommen so sehe ich aus wie jemand der ein haus hat ok goblin laura am start gleich mal bedrohung raushauen fangen wir also an scheiße gut dann der hausgenosse die muss weg sonst macht er jetzt von anfang an so ein bisschen bäh also wenn er die im deck hat ist es ja ein gutes zeichen dass er viele aktionen hat um sie einzusetzen weiß das gute ist ich krieg ihn auf jeden fall klein trübwasser ok wir machen das so ich spiele erstmal den mann dann den trübwasser gobblin kille die braut hier rein und spiele noch ein jawoll die karte ist so krass gefährlich dieser göttliche eifer wenn er die packt von anfang an aufs feld zu kriegen brutal richtig brutal ok ziehe ich erstmal eine karte gehe ich weiter ins gesicht wollen wir von einer seite erstmal bedrohung aufbauen oder was ja wisst ihr warum weil wenn er jetzt ein wächter spielt komme ich an dem gar nicht vorbei weil die angriffskraft von denen einfach zu gering ist seht ihr das meine ich damit deswegen habe ich ihn jetzt gebraucht dann machen wir zack zack machen wir dann so dann gehen wir da mit rein so viel schaden wie nur möglich machen und dann den tasgad aufs feld bringen das wird dann eigentlich schon in der nächsten runde sein dann schon mal ziemlich gut BAM machen ok was wird da los Sinn macht der rekrut natürlich ne da könnte auch die hier los werden ich habe hier einen goblin mit dem kann ich dann schon mal sachen machen er würde in der nächsten runde sterben das ist traurig er hätte dann vier ja ich werde das hier tun macht Sinn vertraut mir Leute dann habe ich wieder von links nämlich die Bedrohung ich wechsel rüber damit gehe ich dann ins Gesicht und habe die Bedrohungsseite einfach mal gewechselt er hat nämlich durch die so einen blöden Atronachen gezogen bestimmt ist es der Wächtertyp wie ich mein Glück kenne und dann wird das links landen und jetzt kann ich von links nochmal schaden ballern falls möglich und mache es dann mit dem Rudelanführer ja dann eben zu die ganze Sache das ist der Plan Leute das ist der Plan oh shit er hat Angst er hat richtig Angst man merkt das schon ja komm geh mir ins Gesicht lass mich Karten ziehen wenn er wüsste was ich jetzt noch so in der Hand habe so ich könnte dann doch lieber 4-3 und den spielen um die Sache zu zu machen das wäre halt schon irgendwo cleverer war finde ich jetzt ich möchte ihn grad mal so ein bisschen zwingen seine Karten raus zu hauen und dann suche ich die Lücke und mach zu das ist der Plan das ist der Plan Lücken schließen oh Herrgott oh ich hasse sie boah damit haut er richtig hoch die Gefahr das ist jetzt richtig krass toll in der nächsten Runde bin ich weg damit hat er mich damit hat er mich weggehauen zwei von denen ey dieser Lacker drei neun vierzehn achtzehn vierundzwanzig wenn ich den hier kille mach hier aber nicht ich hoffe einfach dass er sich fürchtet ich hoffe dass er sich fürchtet mach mal so mit eurem Tod gehen wir all in ach Leute ich hätte jetzt natürlich pass auf ich hätte jetzt die hier noch vernichten können und die hier ich würde meinen Tod echt einfach nur hinaus zu gehen ihr könnt dich nicht besiegen ab in die Brasse aber das wäre eine klügere Entscheidung gewesen aber so macht er mich ziemlich schnell nieder ja ja er lost gut gemacht so ich glaube ich küsse wieder den den das fünfte Level so aber noch ist nicht aller Tage denn ich komme wieder keine Frage so darauf möchte ich es eigentlich nicht sitzen lassen Leute wir müssen einfach noch einen Kampf machen es geht nicht anders so es erlaubt mein Stolz nicht ich kann doch nicht an Stufe 4 scheitern wenn vor allem noch so viele Stufen danach kommen deswegen deswegen hatten wir gegen Believe it Leute Believe it Jimline der Zerstörer ok die halten sich erstmal raus aus dem Kampf Woll Wollt so und bitte hatet mich nicht wegen meinem letzten Kampf so ich hätte natürlich noch meinen Tod ein bisschen hinauszögern können Ehre sei mit euch aber das wäre wirklich auch noch ein bisschen gewesen aber das wäre wirklich auch noch ein bisschen gewesen Na fürchtest du dich Hello Kitty erhitzen wir mal die Gemüter Nein ok ins Gesicht dann verteidigen wir uns mal und bauen weiter Bedrohung auf wäre jetzt klüge gewesen den irgendwie in der Nixon runter zu spielen ich kann mir nämlich vorstellen dass der noch mehr von der Sorte hat die sieht schon extrem stylisch aus meine Pfeile werden ihr Ziel treffen meine Pfeile werden ihr Ziel treffen meine Schwert Hand juckt ok ich könnte eine Karte noch nachziehen das mache ich jetzt auch dann kann ich nämlich von links kommen also gelohnt hat sich die Karte jetzt nicht ja die Bedrohung ist jetzt leider nie so krass mein aber ich versuche sie noch aufzubauen Feuer Feuer in the hole also wie machen wir das Triebwasser Wilderer könnten wir in der nächsten Runde als Kombination mit dem Recruiter Diebesgilde machen komm schon entscheide dich komm schon entscheide dich Hello Kitty was kriegt er Wallich noch hin verrückt verrückt gut ich muss den Triebwasser Goblin hier spielen wir müssen wieder versuchen unser unser Board wieder für uns zu gewinnen es geht leider nicht anders dann müssen wir hier auch reingehen ihr wisst wie es ist erst wieder das Board zurück erobern und dann gehe ich ins Gesicht sonst überrennt er mich noch der ist gut also die Kämpfe werden sehr interessant so wie machen wir das versuchen wir auf gut Glück ein bisschen was weg zu bekommen leck mich alter leck mich 4 3 so ich versuche noch gegen zu halten nicht dass er sich hier so in Sicherheit wiegen kann wir müssen den hier aufhalten sonst wird er einfach zu stark und er wird versuchen den Schamanen aufzuhalten weil er keinen Bock hat mir ständig einen Fluch zu überlassen daher wird er jetzt Karten investieren müssen was haben wir denn hier er zieht auch ganz gut Karten nach mit dem Fluch könnte ich ihn auf jeden Fall vernichten es reicht es mir so spiele ich den Goblin dann verstehe ich indezent dann verstehe ich indezent so alle dann werde ich die hier los und kann auf der linken Seite noch die gute Frau spielen wir halten gegen Leute wir halten gegen Leute aber es sieht schlecht aus er hat sehr viele Karten wir haben jetzt nicht das krasses Zeug was Bam macht in der nächsten Runde ok wenn er die jetzt nicht krass los wird hätten wir noch eine Chance Bam zu machen meine Schaffen sind wie der Schatten ok Hausgenosse sehr gut dann möchte ich den auch rechts spielen jetzt könnten wir 10 Schaden ins Gesicht machen ich möchte sogar sagen dass ich ganz gerne dieses Risiko eingehe ehrlich gesagt also langsam müssen wir hier gucken dass wir Schaden machen dann hätte ich gerne hier in Seitenwechsel und den im Schatten dann hätten wir noch den Klippenläufer am Ende und jetzt sieht das für ihn jetzt in einer schwitzenden Situation jetzt hat er auch so aufgeregt wie ich gut wir können auf jeden Fall zwei Sachen machen einmal das Stahlschwert und Klippenläufer das ist schon mal sehr gut können wir ihm sehr viel Damage reinhauen wenn wir ganz viel Glück haben können wir flinken Schlag oder sowas da können wir zweimal angreifen und das hat mir dann schon einmal den Arsch gerettet so da komme ich wieder schlecht vorbei der Wald ist mein Mantel da kann er mich vernichten das ist ein Drecksack dass er echt auf alles eine Antwort hat ne gut dann kann ich jetzt sieben Schaden machen ich glaube ich dass sieben sind es dürfte reichen Leute dürfte sogar reichen machen wir so wenn er jetzt keine Prophezeiung zieht oder so das ist halt das Kriterium ne erst gehe ich rein dann haben wir vier, drei, sieben ok jetzt leck mich jetzt werdet ihr sterben da man da habe ich jetzt schon ein bisschen geschwitzt neue Stufe sehr gut und die Schlange wir sind wieder im Kopf Stufenbelohnung was sind sie jetzt Hintertauern um eins wilder Zweigling digitiert zu wilder Bestienrufer äh ich kann ich glaube ich bin mir nicht sicher also ich finde die Karte richtig geil deswegen ich bin mir gerade überlegen ob ich die in mein Deck tun sollte also zum zweiten Mal dann halt ne weil ich habe sie ja einmal drin aber ich ziehe sie unglaublich selten mein Deck ist ja dann doch eher darauf ausgelegt schnell zu sein am Anfang ganz am Anfang die Leute so ein bisschen zu überrumpeln deswegen habe ich auch den Rekruten der DB-Skilde der jetzt dann nicht so krass reinpasst drin aber wir könnten ja einen draus tun und zwei von den Bestienrufern rein haben wir noch was im Late Game obwohl ich halt nicht gerne so krass starke Karten dann irgendwie dann in der Hand habe ach das Deck ist gut so wie es ist und da wird nichts dran gerüttelt ob du hier bist und nicht so gut Leute ich hoffe es hat euch gefallen lasst mir doch ein Abo da ich würde mich mega freuen ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wenn es wieder heißt Goblin Hype Goblin Hype bis dahin auf Wiedersehen auf eine Minute um auf die Minute